Willkommen, Volk von Mengbilla! In den kommenden drei Tagen wirst du die blutigsten Kämpfe erleben, die unsere stolze Arena jemals gesehen hat. Ich, der bescheidene Marwan Al-Ahmad Ibn Khadims, bringe dir heute den Kampf der Neuen Horden. Werden unsere fünf Helden die Jungfrau Aurelia von Neta aus den Klauen des Bösen befreien? Das ist deine Aurelia? Endlich etwas, für das sich das Kämpfen lohnt. Begrüßt die Todgeweihten! Lasst die Kämpfe beginnen! Ihr seid die Gladiatoren? Bitte gebt euer Bestes. Ich will noch nicht sterben. Aurelia! Was? Du? Was? Sieh die erste Horde, Mengbilla! Wir fangen harmlos an, doch Obacht! Auch Rotpelze träumen von Ruhm, Blut und Ehre! Wie kommst du hierher? Später! Geht ja gleich gut los! Unser DKD ist schon im Grunde hin! Das ist Initiative, plus zwei! Hm, na gut! Geht ja gleich richtig gut los! Wir scheinen doch wieder irgendwelche Dinge zu sein! Erstmal haben wir Fässer! Für was immer die auch gut sind! Ich hab's noch nie begriffen, für was die gut sind! Soll ich die mal anzünden? Hm, weiß nicht recht! Hier haben wir Schützen, ne? So wie's aussieht! Was ist das hier? Da kommen wahrscheinlich irgendwelche Grolldaten raus! Das sollten wir uns nicht in die Nähe begeben! Schätze ich mal! Schätze ich einmal! Jetzt weiß man natürlich nicht. Pass auf. Wir gehen erstmal mit dem hier hin. Oder? Jawohl. Und damit enden. Genau. Das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir doch gedacht. Jetzt wäre es natürlich ganz clever, wenn wir hier noch das irgendwie verbauen könnten. Du gehst mal hier vor und machst wie immer deinen Falken anwerfen. Jawohl. Mein Zwerg. Entweder wir stellen ihn hier hin, was vielleicht gar nicht so clever ist. Ja, mach ich. Mach ich. So, mehr kann er auch nicht. Dann, unser Zauberer. Was machen wir mit unserem Zauberer? Ich würde ihn gerne hier hinstellen. was? Ach Gott. Ach Gott. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das echt nicht gesehen. Ja, das ist sinnescharf, ne? Oh, da muss er runter. Ei, ei, ei. Ah, okay. Ja, das war das. So, jetzt muss man aufpassen. Ich würde gern das hier noch verstellen. Das hier. Das mache ich auch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Achso, jetzt haben wir ja kein Schild mehr, ne? Könnte natürlich... Oh, der ist ja. Naja. Takatee. Du könntest eigentlich schon hier loslegen, hm? Hast du eigentlich irgendein spezial... gezielter Stich? Was hast du da hier? Todesstoß. Und hier, Finte... Ich mache mal den gezielten Stich. So, jetzt steht er schon mal da drauf. Was ja nicht das Schlechteste ist, ne? Ich kann aber mit meiner guten alten Freundin hier... Der steht auch ziemlich günstig dort. Ähm, die muss ich ein bisschen anders positionieren. Und zwar am besten... Hierher. Jetzt schon wieder... Ah, ich... Warum mache ich denn keine Sinne schärfer? Aber... Was bin ich denn ganz... Äh... Von allen guten Geisten verlassen? Hm. Ärgerlich. 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 Ich habe gesagt, im zweiten Kapitel will ich das eher bedenken. Und was mache ich? Ich... Ja. Sauer. Wir nehmen erst mal den. Wir nehmen erst mal den. Okay. Mein Freund. Mein Freund. Du heilst dich erst mal selbst. So weit, so schlecht. So, der trifft schon mal nett. Das ist doch schon mal ein Wort, ne? Ähm... Ja, dann... Ihr den, ne? Ich würde sagen, den... Obwohl, ne? Moment, 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 Moment. Dann geht er ja hier drauf, ne? Nee, 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 nee. Du machst hier. Bitteschön. Eine kleine Finde. Weil niederwerfen kannst du ja irgendwann nicht. Warum auch nicht. Wohl. Probieren Sie. Ich möchte es noch mal probieren. Ach, Moment. Das ist... Blödsinn. Hat er keine... Idee, warum es nicht funktioniert, ne? Aieieiei. Aieieiei. Der Zauberer ist... ist echt groß. So. Ich würde ja mit meinen DAKATI lieber mal zum Zauberer gehen. Aber nee, machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir kämpfen hier weiter. So. Meine Gute. Du hilfst mal hier mit aus. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, ich glaube, das müsste es gewesen sein hier. Machen wir da noch Wuchtschlag? Na. Damit wären zwei dahin. So. Du. Wartet mal. Wie müssen wir mal heilen? Unseren Zwergen? Ah, ah. Ah, vielleicht doch ihr... Nee, wir heilen noch gar nicht. Wir heilen mal noch gar nicht, sondern helfen ein bisschen mit aus. Wäre wahrscheinlich das Gescheiteste. Nee, nee. Kein Sinn. Flammenstrengung. Also, wir müssen noch was in der Hinterhand behalten. Gut. So. Jetzt. Ähm, na dann mach mal Finde. Kommt manchmal ganz gut. Gut ausgerichtet. Klar. Blöde Vergiftung. Blöde Vergiftung. So, pass auf. Ich gehe jetzt mit dem mal hier hin. Und greife wieder mal an. Ah. Ach, schade. So, jetzt müssen wir langsam was unternehmen, ne? Jetzt müssen wir langsam was unternehmen. Ähm, kann natürlich auch sein, dass die verfehlt, weil... Ähm... Weil... Äh, sie vergiftet ist. Oh. Was ist denn jetzt? Ah, ich... Idiot! Ich kann's nicht... Also, das kann's nicht... Das könnte mich schon wieder aufrechnen. Meine Unbesonnenheit! Geht ja go'nix. Gift? Nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Freund. Nicht schlecht, mein Freund. Das war nicht gut, ne? Pass auf. Das sind wir mal jetzt... Gar nicht so. Der uns hier wegkippt und wegstirbt. Jawohl. So, jetzt versuchen wir mal, nach vorne zu kommen. Ach so. Ja. Pass auf, wir machen's anders. Wir gehen nach vorne. Ne, ne. Hier. Ne, 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 ne. So natürlich nicht. Wir gehen nach vorne. Und zwar hierhin. Und machen wir Sinneschärfe. Na? Ihr seht. Ihr seht's. Warum? So. Du heilst dich bitte mal jetzt selbst. Genau. Ihr seht den Grund. So. Du stehst da drauf ganz günstig. Dann gehen wir schon mal hin. Ne, 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 ne. So nicht. So natürlich nicht. Sondern ganz, 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 ganz vorsichtig. Genau. Po, 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 po. Okay. So, genug Gebot. Und wir bewegen uns Katzen gleich da durch. Dann bewegen wir uns noch katzengleicher hier hin. Und kannst du irgendjemanden treffen? Ne, ne. Oder? Doch. Kannst du. Den jetzt. Oh, den. Ist gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. So. Oh, und dann mein vergifteter Freund. Schleich dich mal hier rum. Ja, weil du kannst ja nicht. Leider. Und jetzt wäre es noch so ein bisschen. Ich würde sagen. Ich würde mal so behaupten. Geh mal hier hin. Und heilte trotzdem nochmal unsere Elfer. Und dann haben wir schon alles verbraucht. Nein. Ja, kommt. Sei doch nicht so. Ich bin ja... Ich weiß ja. So. Wie viel hat denn der? Der hat noch ganz schön. Deswegen gehen wir mal da hin. Und Harren der Dinge, die da kommen, ne? Aber jetzt... Ne, ne, ne. Er trifft nicht. Sehr schön. Er trifft nicht. Er trifft nicht. Und das ist gut. So. Du setzt zu deinem tödlichen Schlag an. Und das ist noch besser. Und meine Freundin, die muss hier rüber. Katzenartig. Ach, die kann immer noch nicht. Da steht noch jemand vor. Okay. Dann geh mal hier hin. So. Ich glaube, den müssen wir jetzt... Oder gehen wir gleich nach hinten. Wäre wahrscheinlich das Gescheiteste. Wäre wahrscheinlich das Gescheiteste. So. Oder hier hinten ist noch niemand. Ne. Alles in Ordnung. Dann. Dann. Dann, dann, dann. Du kannst ja auch noch ein bisschen mit... Schießen. Vielleicht. Oder auch nicht. Na dann, ähm... So. Doch, du kannst. Mach doch. Sehr schön. Du kannst doch. Dann mach doch auch. Warum tust du nicht breithändig angreifen? Das verstehe ich noch nicht ganz. Warum der noch nicht breithändig angreift? So. Du probierst wieder... Warte, warte mal kurz. Du probierst wieder deinen Todesstoß. Und das hat uns doch ganz gut Abenteuerbunde gebracht, ne? Ja, obwohl ich so schlecht war, finde ich, bin ich ganz gut auf schwer durchgekommen. Müsste noch ein bisschen balanciert werden. Ich bin gleich behinder. Danke. Danke. Vielen Dank.